einen wunderschönen guten tag und willkommen zu expedition rome oder expedition rome sowas in die richtung spielte leise geschlafen haben wir gut geschlafen ich bin mir nicht sicher es ist ja furchtbar wie schafft es dein geist sich solch eine folter für dich auszudenken es ist immer weise vorsichtig zu sein wo wir gerade davon sprechen deine schwester hat wieder eine botschaft geschickt sie will dich wie üblich beim marktplatz treffen dass sie dieses mal nicht warten sie riskiert damit eine menge es kann so nicht weitergehen du musst einen weg finden sie zurück zu bekommen was immer du tust sei vorsichtig über die sich auf dem plan haben aber wenn er sagt die am plan haben wir einen plan genau kiste ist da noch irgendwas drin ich wünschte sie würde einfach kommen und drinnen warten verbände aufwischen ich habe keine mehr von ressourcen mehr sich der wähler nicht zu nähern für den fall es scheint mir grausam sie draußen auf der staubigen straße zu lassen ich werde ihr das nächste mal einen becher wasser bringen aber sonst irgendwas was wir hier machen können wo kann ob ich noch irgendwas anklicken kann sieht jetzt nicht dann noch aus sind daraus steht hier gerade der junge der immer nach euch fragt war seit ein paar tagen nicht hier er ist ausfällig geworden als ich ihm einen korb gegeben habe was ist geschehen der jane hat ein ernsthaftes gespräch mit ihnen geführt und es scheint als habe er es kapiert diese frau ist das sei dass du mir einfach mal in der wo die sich gerade zu halten einfach mal da reinläuft kollege das geht ja mal gar nicht hier habe ich gesagt keine ahnung was das können soll habe ich das schon gesagt ja ich weiß auch nicht julia oder dejanera also mit frauen her wir können ja mit beiden fällen wobei ich meine dass die größer ist als die nur unser krank das auch relativ groß so immer zu ich habe euch erwartet ihr macht euch sicherlich einen spaß wenn überhaupt ist mein bauch nur noch gewachsen der wein hilft ich wüsste nicht warum es ihm nicht gut gehen sollte ich habe gehört na samones ist ein land der verbotenen genüssen leider ist es zu weit weg ja aber wo wir von einflussreichen freunden sprechen es könnte sich lohnen heute nachmittag beim senat vorbeizuschauen tullius zieht so hält dort heute hoch ihr könntet etwas von ihm lernen ist das ein hinweis auf irgendwas gehen gleich mal zum senat es erzeugt einiges an einkommen auch wenn unsere rezepte etwas älter sind die trauben die wir aus gallia importiert haben ergeben ein gutes getränk es bleibt allerdings immer noch raum für verbesserungen ich habe gehört dass scabula sich gut um sie kümmern der unausgesprochene und inoffizielle waffenstillstand zwischen unseren familien zehrt an den nerven aber ich ziehe ihn einer offenen fehde vor so ist es und ich kann ein paar dinge einkaufen wenn wir schon mal da sind ich habe das gefühl dass der ton irgendwie sich so komisch gerade angehört hat wenn er gesprochen hat vielleicht täuscht das auch einfach nur das kann natürlich aussahen aber ich sehe gerade ich kann auch mit der wst hier mich bewegen da kann man so ein bisschen hier uns umschauen haben wir hier noch jemand mit dem reden können ach guck mal da steht auch noch jemand ich kann nicht mit ihr reden und kann ich nicht mit ihr reden okay das geht nicht so weil wir schon mit sünder ausgesprochen haben vielleicht kommt das später dass wir mit dir reden können ich bin mir nicht sicher wir schauen mal so zum senat ja gehen wir erstmal dahin so da ist er doch salve legate was bringt euch heute zum senat da gibt es nicht viel zu beobachten zumindest nicht heute es wird nur eine sitzung abgehalten wenn es eine relatio zu diskutieren gibt solange es menschen gibt wird es auch probleme geben aber manche probleme will wirklich niemand diskutieren der senat hat heute keine sitzung aber ich muss regelmäßig mit meinen klienten sprechen deswegen kann man mich in der regel jahren treffen natürlich dürft ihr das solange ihr sie zurückgebt wenn ihr damit fertig seid meine verpflichtung liegt beim volke roms in anderen worten ich bin ein politiker ich bin auch dafür bekannt die rechte der menschen zu verteidigen wenn sie dessen bedürfen das macht mich traurig aber es überrascht mich nicht mit unseren tugenden geht es beständig bergab die meisten gehen nur aus eigensucht in die politik weil sie status suchen oder geld wir müssen für das gemeinwohl eintreten das ist der wille der götter und das macht es zu unserer pflicht in der tat zumindest kann man das so lesen warum sonst hätten sie uns verstand gegeben verstand ist das was menschen und götter gemein haben und was uns von den tieren unterscheidet dieser verstand muss für das wohl der menschheit eingesetzt werden möglicherweise aber meistens können sie das nicht eine ordentliche verhandlung eines falls setzt rhetorische fähigkeiten voraus nur wenige menschen können sich gut genug artikulieren um in der lage zu sein ihre probleme richtig in worte zu fassen stattdessen sicherlich nicht ich bringe es ihnen bei und verteidige sie und damit sind meine verpflichtungen abgegolten unsere gesetze sind nicht spezifisch und das ist auch gut so damit lassen sie sich auf die gleiche art auf alle möglichen situationen anwenden unser rechtssystem hat ein zugrunde liegendes prinzip eine absicht die jeder einzelnen regel zugrunde liegt aber gleichzeitig ist jedes ereignis einzigartig und jeder gerichtsfall ist ebenso einzigartig ohne also die logik zu verstehen die dem recht zugrunde liegt können gesetze nicht sinnvoll auf spezifische situationen angewandt werden gesetze sollten allgemein gehalten sein aber nicht vage ein mann sollte im inneren wissen welchen schaden er angerichtet hat denn all unsere taten sind durch die vernunft gelenkt bevor das lex duo dezim tabularum verfasst wurde wurden unsere rechte von leuten wie taquinius superbus bestimmt jetzt sind sie niedergeschrieben und jeder kann sie lesen ganz so einfach ist es natürlich nicht gesetze und situationen verändern sich aber immerhin sind die rechte unseres volkes nicht mehr den launen eines wahnsinnigen unterworfen da komme ich als rechtskunde ins spiel seine rechte zu kennen ist die pflicht jedes bürgers aber auch diejenigen die dieser pflicht nicht nachkommen verdienen es dass man ihre rechte verteidigt wollt ihr sonst noch etwas besprechen es ist sehr viel text ne weder der senat noch die konsulen regieren rom sie beide sollen dem volk dienen nur die bürger können wissen was das beste für sie ist die diener des volkes kümmern sich um ihre bedürfnisse und wünsche senatoren sollen das volk vertreten nicht es beherrschen mit der zeit kann ein servus das privileg erlangen zum bürger zu werden aber politiker sollten auch für servi eintreten auch ihre rechte sollten geschützt werden was lässt euch das denken tatsächlich kann ich ihnen gut leiden er ist strikter in seiner definition von moral für ihn sind die konsequenzen weniger wichtig als die methode aber im großen und ganzen glauben wir an dieselben ideale eine nachvollziehbare frage was denkt ihr aber damit setzt ihr voraus dass sie richtig und falsch unterscheiden könnt wollt ihr sagen dass ihr diese gabe besitzt da stimme ich euch zu und es gibt auch einen guten grund dafür ich verteidige vor allem weil ich einfach die kunst der rhetorik liebe darüber hinaus ist meine verteidigung ein prüfstein für das system wenn ich einen schuldigen mann erfolgreich verteidigen kann heißt das dass das system fehler hat und ein fehlerhaftes system darf nicht sein einfach gesagt logik wir haben unseren verstand von den göttern geschenkt bekommen ich mag die kunst der rhetorik weil sie es mir erlaubt logik und meinen verstand anzuwenden nicht weil es mich trunken macht oder dergleichen einen epikurea würde das in seinem fehlgeleiteten weltbild genießen sie glauben dass es im leben nur um genuss geht das sind so texte wo du eigentlich alles eigentlich antworten könntest vielleicht euer argument ergibt sinn aber ich denke dennoch dass sie sie dahingehend überschätzt ihr versteht die kunst vermutlich schon besser als ihr denkt stellt euch eine kiste vor in der kiste ist etwas was ihr wollt aber sie ist verschlossen ich denke dass ihr zunächst in euren taschen nachsehen und dabei bemerken würde dass sie den schlüssel bereits besitzt es wäre nur logisch das als erstes zu prüfen aber gehen wir davon aus dass sie das nicht tun könnt welche andere lösung werdet ihr als nächstes ausprobieren gute frage sind ein charakter der auf logistik gehen also logisch denkt ja mann ich doch wir könnten quasi charisman nehmen das wäre das erste manipulieren oder die rhetorik einsetzen das wäre eigentlich auch nicht schlecht oder man geht euren willen durchzusetzen also ethos aus ich würde eigentlich das erste nehmen weit ist so das passt dem charakter nicht würde ich so sagen also wenn wir in schurken spielen würden würde ich sagen wir nehmen das zweite und hätten aber dann nicht das das wollte ich ja gerade sagen wir haben ja drei zur auswahl am anfang wenn wir in schurken gespielt hätten hätte ich gesagt nehmen wir das erste als erstes und jetzt bei dem text nicht die logik sondern quasi die gewalt also quasi sehr gut ein schloss kann geknackt ein schluck muss noch einschüchtern können und vorsichtig aber da müssen der krieger spiel eigentlich ebenso wichtig wie beim schlosser knack man ist sicher versucht sich auf fakten und logik zu verlassen wenn man glaubt dass das eigene argument unterstützt wird aber am ende glaubt jeder dass die fakten die eigene seite unterstützen der weg zum herzen eines mannes liegt darin seine emotionen anzusprechen webt eine geschichte voller tragik malt für eure zuhörer ein klarer so hin und sie müssen fühlen dass ihr recht habt selbst wenn es sonst nichts bringt wird pathos verhindern dass sich die zuschauer langweilen und wenn ihr die aufmerksamkeit einer menge halten könnt habt ihr bereits gewonnen ich habe dieses gespräch genossen und hoffe dass ihr auch einen nutzen daraus gezogen habt wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet ich muss mit einem klienten sprechen wali wali ja da waren die zeit natürlich ein bisschen anders damals ja er hat schon logische argument oder interessante argumente sage ich mal ich habe mal gucken ob es eine druck über den gibt so wir sehen dass sie aus finanziell gesehen was haben wir aktuell 5000 haben wir noch speichern könnte ich mal eben 18 stunden spielzeit aber bisher habe ich schon mit dir gesprochen willkommen zurück davon habe ich noch jede menge wie viel braucht ihr ich würde mal sagen so im stück dann haben wir das auch erledigt kann ich mit hier raus kann ich bin ich rauskrollen muss man kurz gucken wo wir hier noch was haben habe ich immer das finde was sieht jetzt nicht danach aus in taverna ich spiel gerade jemand master was haben wir hier sonst noch so damit ich gleich gucken kann wo ich hingehen muss deswegen scout ich das einmal kurz was machen die hier chillen ja einfach so ein bisschen wir hier es gibt mich an den ganzen bücher ja ja unsere schwester ist hier also ich lege brot in wein ein wir haben wir nicht ich glaube das wäre es dann aber auch so weit aber nicht für zu lange besteht hier das können wir verkaufen vertraut mir damit werden wir ein vermögen machen ok aber ist jetzt nichts großartiges ich hatte nicht erwartet euch sobald wieder zu sehen ich fürchte ich habe keine weiteren antiken artefakte herumliegen falls ihr deswegen hier seid salve legate es ist so gut euch nach all der zeit wieder zu sehen ja schön danke es war kein leichter wahlkampf aber jetzt hat meine familie zwei männer im senat was bringt euch heute zum markt ihr habt doch sicher sehr wie für so etwas aber es ist gut dass ihr hier seid es scheint so als würde die arme livianer bei ihren besuchen auf dem markt von unerfreulichen personen belästigt sie redet mit leuten mit denen sie nicht reden sollte man weiß nie wo so etwas hinführen kann die stadt ist voll von schurken und schläger senator senator jemand hat euren geldbeutel gestohlen da läuft er schaut was ich habe nichts gespürt ihr habt recht er ist weg ich sehe ihn wir schnappen uns den mistkerl wartet niemand ist auch nur in meine nähe gekommen abgesehen von legt die dummheit in eurer familie oder seid ihr da entgegen keine ausnahme lebianer bleib hier wer war diese frau juno sei dank dass sie hier war sowohl loko als aus gewoller sind derzeit sehr beschäftigt ich weiß nicht genau was vor sich geht ich glaube das wusste er schon immer es hat ihn nur nicht gekümmert es muss sich etwas geändert haben ich weiß es nicht er ist vor einer weile verschwunden es macht mich nervös skewola mag der ältere bruder sein aber loko jagt mir schauer über den rücken er ist schlauer als er aussieht auf jeden fall schlauer als mein ehemann ich habe viele händler und galären kapitäne zu besuchen der villa gesehen aber es kann nicht einfach nur ein neuer handelsvertrag sein der solche unruhe in den haushalt bringt ich fürchte sie planen etwas persönliches at mich oh ja überraschend gut skewola behandelt mich wie eine königin sie versuchen zweifellos mich gegen meine familie zu wenden skewola hat ein paar seltsame warenlisten in der bibliothek liegen lassen sie schicken viele schiffe nach ägypten ich habe keine ahnung warum aber vielleicht könnte ich die dokumente für dich besorgen ja komm wir machen es einfach mal gucken was passiert also es wäre so ein punkt wo man vielleicht sagen müsste zweiten dritten durchdorf starten um zu gucken was wäre wieder wenn wenn du dich wieder anders entscheidest und wir gucken mal was passiert wenn wir das hier nehmen das werde ich alle bruder möge fortuna dir ihr lächeln schenken kalida mit dir können wir jetzt reden aber wer sagt dass man keinen wein aus oliven machen kann mein wein wird einzigartig sein habt ihr mal darüber nachgedacht warum niemand wein aus oliven macht natürlich weil alle zu dumm für die idee sind nein weil sie schmeckt deswegen wahrscheinlich es ist lange her dass wir uns zuletzt gesehen haben auch wir können direkt mit ihr flirten es ist auch gut euch wieder zu sehen es tut mir leid dass ich nie auf einen besuch vorbeigekommen bin es kam mir immer etwas dazwischen ich habe eine nachricht von pro konsul erhalten er sagt dass ihr mich bald brauchen werdet so wie ich dominos lucullus kenne wird er euch einen reiter mit allen anweisungen geschickt haben eine sinnvolle vorsichtsmaßnahme wir werden vielleicht bald ihre hilfe brauchen ihr solltet vorgehen ich habe das gefühl die zeit drängt weil das gilt wie man so schön sagt jetzt muss ich nur gucken wo ich hier wieder wegkomme aber dann sonst noch sagen kannst du können wir erstmal hier rüber gehen ja es ist doch der antechste was wir aktuell haben 1.000 denari für ihn bezahlt aber ihr sagtet er sei nicht sehr gut bei seiner arbeit er wird jetzt als schauspieler ausgebildet darin ist er wohl ganz gut dann sollten wir uns gemeinsam eine komödie mit ihm ansehen wenn er so weit ist das ist es wieder etwas ist das ist ein sehr gut dann wird das ist ja auch nicht ganz gut auch nicht du bist wir Ähm... Natürlich. Für euch immer. Die Nachricht, bitte. Ihr müsst sofort alles abbrechen und nach Nazamones kommen. Wir sind in großer Gefahr. Und in diesem Falle fürchte ich, dass dieses Wir sich sowohl auf unsere Familie als auch auf Rom selbst bezieht. Es scheint, als hätten wir Vitellius Loco unterschätzt. Obwohl der jüngere Bruder keine wirkliche politische Macht hat, ist er de facto Anführer der Familie. Ein ambitionierter Mann, der jedoch nicht unüberlegt vorgeht, ist ein gefährlicher Feind. Sein freundliches Verhalten verbirgt einen Kern voll wütenden Verlangens nach Rache. Er erinnert sich nur zu gut daran, wie wir ihre illegalen Geschäfte in Asia zerschlagen haben. Und ich fürchte, dass er uns im Gegenzug nach dem Leben trachtet. Ich habe Hinweise darauf, dass Loco etwas Großes plant. Meine Spekulatores sagen, dass er mich mit Gewalt aus meiner Position in Nazamones vertreiben und das wie einen lokalen Aufstand aussehen lassen will. Wenn ihm das gelingt, wird Rom vermutlich die gesamte Region verlieren und Loco damit die perfekte Ausrede liefern, um die aktuellen Konsulen herauszufordern. Wir können es ihm nicht erlauben, diesen Plan umzusetzen. Ich brauche eure Hilfe. Stellt die Legio Victrix wieder her. Ich weiß, dass die Männer euch noch alle loyal sind. Schifft dann sofort in Richtung Nazamones aus. Eine kampfbereite Armee wird das letzte sein, mit dem Loco rechnet. Verzweifelt nicht. Denkt daran, dass die Sonne nach den finstersten Tagen am hellsten scheint. Seht dies als eine Gelegenheit. Wenn wir den Konflikt gegen Loco wenden können, können wir ihn immerhin als den Verbrecher entlarven, der er ist. Ich erwarte eure Ankunft mit Anspannung. Euer Patronus und guter Freund, Lucius Licinius Lucullus. Ich konnte Celsu nicht finden, aber ich habe Bestia mitgebracht. Keine Sorge, ich bin hier Syneros. Ihr seht gut aus, Bestia. Habt ihr euch von eurem letzten Kampf erholt? Die Verletzungen sind kein Problem. Aber ich schulde dem Arenameister noch Geld für die Schäden, die wir angerichtet haben. Wie früher. Ich schätze, das heißt, dass es Ärger geben wird. Wir sollten so bald als möglich aufbrechen. Aber ich glaube nicht, dass ich Rom so einfach werde verlassen können. Geht es da wieder um eine Frau? In gewisser Weise erinnert ihr euch an die Serva, die uns bei Marcellus Vipsanius angesprochen hat? Tja, es hat sich herausgestellt, dass sie die Wahrheit gesagt hat. Zumindest teilweise. Sie hat ein kleines Mädchen zur Welt gebracht. Danke. Ich schätze, das ist es. Offenbar hat sie versucht, sich von Vipsanius davon zu stehlen, der allerdings ihr Dominus ist. Das Problem ist, dass man mir die Schuld daran gibt. Natürlich nicht. Sollte ich jemals beschließen, der Serva eines anderen Mannes bei der Flucht zu helfen, hätte ich auf jeden Fall Erfolg dabei. Sie behauptet, die Mutter meines Kindes zu sein. Vielleicht ist das auch so. Oder vielleicht weiß sie einfach nur, dass Vipsanius und seine Leute naiv genug sind, das zu glauben. Marcellus Vipsanius hat den Ruf, seine Servae schlecht zu behandeln. Es mag ein paar Tage in Anspruch nehmen. Aber ich bin mir sicher, dass wir diese Anschuldigungen entkräften können. Danke, Legate. Ich werde mich nun um unsere Vorbereitungen kümmern. Wir können so bald als möglich aufbrechen. Sei vorsichtig, mein Kind. Keine Sorge, Domina. Ich werde dafür sorgen, dass wir alle heil zurückkehren. Ja, das ist doch Ägypten. Ist doch schon drin. Ja, das ist doch eine Lesegüttung. Ich muss mich entschuldigen. Wie dumm von mir, euch nicht zu erkennen. Es ist eine Ehre, euch zu treffen. Ich werde dem Prokonsul sofort Bescheid geben. Bitte wartet im Innenhof. Alle Besucher müssen sich unseren neuen Sicherheitsprotokollen unterwerfen. Der Prokonsul hat uns eindeutig angewiesen, keinerlei Ausnahmen zu machen. Bitte wartet hier. Es sollte nicht allzu lange dauern. Legate, auf ein Wort? Ich glaube nicht, dass er euch erkannt hat. Irgendwas ist hier faul. Da stimmt etwas nicht. Kleine Dinge. Seine Rüstung ist etwas klein für ihn. Er hat euch nicht bei Namen genannt. Und ist euch aufgefallen, wie er den vollen Namen des Prokonsuls nicht richtig aussprechen kann? Es heißt, dass wer nur Täuschung im Herzen trägt, auch nur Täuschung in den Herzen anderer sehen kann. Und es heißt auch, dass Frauen von Natur aus zur Täuschung neigen. Holla. Und deswegen seid ihr alt, aber immer noch allein, Sühne Ross. Hm. Na. Nun, es ist weise, übervorsichtig zu sein. Endlich sagt der alte Mann etwas Wahres. Wir sollten sie alle töten. Hm. Äh. Das war nicht wirklich, was ich vorschlagen wollte. Tatsächlich meinte ich genau das Gegenteil. Alle zu töten, wäre das vorsichtigste Vorgehen. Seid ihr sicher, dass ihr die Bedeutung dieses Wortes versteht? Ist doch egal, dass er unhöflich ist und sich unangemessen verhält. Er ist offensichtlich kein Römer. Nicht wirklich. Wenn wir kämpfen, bin ich bereit. Wenn ihr das wünscht? Ich glaube allerdings nicht, dass es nötig sein wird. Ja, wer weiß. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das nicht so von Nöten sein wird. In Form an Aussetzungen anlegen. Äh. Habe ich denn überhaupt genug Dolche? Ja. Deswegen kann man, dass die Ausrüstung gleich so abgenommen wird. Deswegen will ich da jetzt nicht in den Pauschen. Äh. Böhm, 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 böhm. Er ist ein Besen. Er ist ein Besen. So. Ein paar Dolche gemacht. Ich stehe gerade. Was haben wir denn hier noch? Achso. Da haben wir noch ein paar nützliche Sachen. Im Telme könnte ich eigentlich auch ausrüsten, wenn das geht. Ich weiß nicht, ob wir das auch abnehmen. Habe ich ja schon bei allen gemacht. So, bis hier. Ähm. So, Waffen. Ja, ich glaube, das fällt auf, wenn er die Waffe trägt. So, Julia. Du kriegst auch ein Dolch. Ich gebe es nicht. Eigentlich die zwei durch die Hände drücken? Ne, wahrscheinlich nicht. Ey, nicht zerlegen. Irgendwie ich die Sachen nicht. So, was haben wir denn noch irgendwas Besseres? Das ist das Schwert. Aber ich kann auch keine zwei ausrüsten, ne? Ne. Gut, speichern wir nochmal Feuer. Wenn ich sowas so für das Gefühl habe, dass die Julia vielleicht recht haben könnte. Ich kann mal kurz gucken, ob wir noch irgendwas hier haben. Jetzt aber nichts hier großartig. Ich entschuldige mich für die Verzögerung. Es gab in letzter Zeit ein paar Probleme mit der Sicherheit. Wir mussten Maßnahmen ergreifen. Es gab vor kurzem einen Anschlag auf sein Leben. Nichts, womit wir nicht klarkommen, natürlich. Dennoch haben wir Anweisung, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen. Bitte lasst hier eure Waffen zurück. Niemand darf in der Villa Waffen tragen. Seid ihr nicht froh, auf mich gehört zu haben? Ich bin ganz froh, auf dich gehört zu haben. Weil jetzt kann ich nämlich keine Waffen mehr ausrüsten, weil die sind nämlich alle gesperrt. Das heißt, hätten wir das vorher nicht gemacht, hätten wir nichts ausrüsten können. Ich gucke aber gerade. So, Syneros. Wer hat denn noch Verbände? Wir verbinden Hamburg. Ach, kann ich auch nicht tauschen, sehe ich gerade. Okay. Leider dürfen euch ab hier nur zwei Personen begleiten. Macht euch keine Sorgen. Wir werden uns gut um eure Freunde kümmern. So, irgendwas bei denen. Ähm. Nehme ich Julia mal mit. Was ist denn da? Was ist denn da? Das war eine Falle. Ja, Kollege Barfuß. So. Den kann ich nicht angreifen. Ich weiß nicht, ob wir die unbedingt töten müssen. Wer meint das ernst, was? So, Julia, mit wie weit komme ich denn mit dir rüber? Da stehen auch nochmal zwei. Da stehen auch nochmal zwei. Was ist denn da? Bei den anderen komme ich nicht dran. So, Syneros, mein Freund. Was machen wir mit dir? So, ich würde mal sagen, da gehen wir mal so ein bisschen in Deckung. Ach ja, wir haben die anderen ja auch noch. Okay. Ach, ich habe ihn keine Waffe ausgerüstet. Verdammt. Aber bisher kommt dann kein mehr von... Doch, am besten kommt an den dran. So. Heilt wie der Hund, der ihr seid. Okay, ich habe fast in der ersten Runde alle ausgeschaltet. Also relativ viele ausgeschaltet direkt. Ach, okay, die schießen auf den. Okay. Und der kommt auch noch dazu. Okay, das ist nicht so schlimm. Das betrifft uns nicht. Ich bin so jung für die Reise nach Duas. Das betrifft uns nicht. Da komme ich nicht dran vorbei. Die kommt jetzt aber hier nicht weg, ne? Doch, zwei Schritte kann ich noch gehen. So, du könntest... ...den attackieren. Dann ist der nämlich auch weg. Jetzt ist der auch direkt weg. Wo ist der andere denn, der hier um Elke stand? Ach, das war der! Okay. Ansonsten habe ich jetzt mit denen hier nichts mehr, ne? Nein, okay. Gehen wir mal auf unseren Charakter hier. So, wie weit kann ich jetzt noch mit ihm da rüberlaufen? Wir gehen mal da rüber. Sind doch, was steht hier? Ah, ich komme nicht an Julia dran. Von der Distanz her. Weil, dass der Charakter auch direkt da durchlaufen will, ne? Statt dahin zu gehen, wo ich ihm sache, er soll dahin gehen. So, wie geht's denn? So, wie geht's denn? Bis zum nächsten Mal. ja das war nicht ganz so schön aber es ist kein problem wir können uns ja mal eben hier hoch halt ein dauerhafter schaden das kann ich mit denen nichts machen doch mal ich kann mit ihnen doch noch was machen der ist ausgenockt warum schlagt die einen gebrechlichen alten mann ja ich der warum schlag den gebrechlichen alten mann hat wieder allerdings bekommen nach einem punkt alter da möchte ich jetzt empfehlen was im namen jupiter geht hier vor ägypter domini sie sind aus dem nichts aufgetaucht er hat sich selbst im arbeitszimmer eingeschlossen sie haben alle getötet die servi sind im keller eingesperrt ich weiß nur dass sie es sehr eilig hatten es scheint als hätten sie gewusst dass ihr bald eintreffen würde ich bin nicht überrascht das war ein versuch an einem attentat und obendrein ein schlecht durchgeführter fortuna sei gepriesen nehmt diesen schlüssel habe ich erst mal nun wo sind denn hier die kann ich nicht auswählen okay man sieht es nämlich schon also man hat sich gespoilert er ist tot war so klar dass das passiert wollte ich eigentlich vor karten aber es ist egal jetzt hat man schon gesehen ja es ist die erste folge ich mache ich jetzt auch ein kopf